Köln Ihr wusstet es noch nicht. Aber wir werden die ganze Zeit aufgenommen von wilden Kameras. Wieso? Weil dieser Live auftritt, dem wird es als Live-TVD in meiner Box geben. Und dafür habe ich mich ganz speziell für Köln entschieden. Weil Köln ist einfach meine Stadt. Ich bin hier die ganze Zeit. Und deshalb habe ich mich für euch entschieden. Und dafür machen wir jetzt was ganz Spezielles. Und zwar performen wir jetzt einen Song. Aber dafür müsst ihr mitspielen. Ihr müsst Energie mitbringen. Und ihr müsst alle einmal runter in die Beuge gehen. Alle! Ich mach mit. Alle einmal runter in die Beuge. Komm schon Köln. Und wir werden sehen was Köln uns zu bieten hat. Ja? Wir werden sehen was Köln drauf hat. Alle in die Beuge. Haben wir alle? Du mit der Kamera. Einmal runter. So. Du auch. Da mit deinen Pinselhaaren. Einmal runter in die Beuge. Jawoll. Und wenn der Beat anfängt. Und ich hoch springe. Springen wir alle hoch. Und wir reißen alles auseinander. Gib mir den Beat DJ Arrow. Ich komm schon. Ich bin da mit den Knüse democratic recording. Ich ach Revog zu haben. Thiliyor auf die Beuge. Du guck nur mit den ich auf die linke Flur. Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch!